Ach, musst du die Transporter schon markieren? Mit den Transporter, ja. Ah, den Transporter, ja, genau. Naja, die Mission müsste ich dann später auch noch machen. Ich war noch nicht auf Factory, die Scheiß-Mission. Ah, so weit bin ich ja noch nicht. Naja, perfekt. Na, bin ich da. Kein Hüpft. Ja. 30 Sekunden, noch nicht verrecken, nicht verstecken. Ja. Nur Müll in der Jacke. In der Jacke, nur Scheiße. So, äh, müssen wir dann Turms, 114 mal noch? Du hast ja einen Schlüssel, ja? 2? Äh, ja, müsste ich dabei haben. Aber wir können ja dann mal am Trackpoint gucken. Ich gebe dir jetzt dann gleich mal in den Gasanalysator. Ja. Bist denn du? Ja. Ich danke dir. Bitte, bitte. Äh, gehen wir gleich noch die andere Halle rüber. Da könnte man eine Chance auf eine Batterie haben. Welche Halle? Die hier drüben, oder was? Die nächste gleich. Ach, hier drüben? Ja. Na, los. Also bei den Russen musst du echt oft den Weg gehen, muss ich sagen. Ne. Ich finde aber Regen macht das Spiel atmosphärisch. Ja, das stimmt schon. Regen, Donner, Gewitter, das ist liebe ich. Ja. Leider keine Batterie, nur Bleach. Ja, passt später auch. Ja, passt später auch. Passt später auch. Ja. In der Jacke ist gleich gar nichts drin. Oh, hier ist ein schönes Fahrzeug. Ah, wollen wir übers Auto drüberspringen? Ich komm da noch nicht drüber. Ah, komm, das schaffst du. Ja, das schaffst du. Ich hab's schon probiert. Am besten mit der Achse. Ich hab's so lange probiert, bis ich's gekommt hab. Zumindest haut's jetzt die letzte Zeit eigentlich recht gut hin. Oder wollen wir erst einmal hinten Gasdägen und alles Gas wegmähen. Nein, nein, da kommen dann öfter Spieler, das ist scheiße. Die von hinten vorne sind. Drüben. Besser mit der Achse, das geht einem einfach so. Geht doch. Da rüch'n drum, so? Ja. Geht doch. Jo. Aber wir können mal hinten das Camp gucken, in die Taschenfleiß, der Ofengras an den Leiser drinne. Da hab ich ja mal das Schwein. Lass mich schon mal ankürzt, sind halt die Axtwarner, die klauen dir den ganzen Loot aus dem Market Rule und alles. Geht mir so oft, ich denke. Wo bist du? Wo bist du? Äh, ich komm grad, war ausdauermäßig ein bisschen. Hier bin ich. Achso. Wir sind grad am Zeltplatz. Ähm, ja. Also da haben sie sich auch unterhalten gestern. Aber mein Englisch ist halt nicht so gut, dass ich das alles verstanden hätte. Na ja, ist nix dran. Oh, das Beste ist auch keiner da, oder? Ne. Ne. Was, wenn noch zwei, oder? Ja. Immer noch? Ja, ich hab gesagt noch gar keinen gefunden. Das ist scheiße. Raum 114, welches ist das? Ist das ein großes Gebäude oder ein klein? Ne, der ist hier. Der ist hier. Ich bin drinnen. Ich bin auf dem Hof, ne? Ja. Ich bin hinter dir Pet. Ja. Ich bin hinter dir Pet. Granatenauto ist leer. So eine Scheiße. Hast du da einen Schlüssel schon? Ne. Passt. Brauchst dich mal. Ach, gibt's sogar keinen mehr. Kommst du runter? Ah ja, ich nehm mal schnell die Kisten hier mit. Bin unterwegs. In einem dritten. Die 60er Max findet man nur in den grünen Kisten, oder? Ne, die findest du einfach mal. Frank. Die liegt einfach mal so rum. Hier ist jemand im dritten Haus. Ah ja, in dem großen Haus. Es bleibt ja immer drinnen rum. Ok. Du bist da unten, oder? Fett. Ja, ich bin da unten, ja. Warte auf dich grad. Ah, hundertfett. Ach ja, du hast da keinen Schlüssel, gell? Ne. Du kannst ja den Tresor looten, wenn du willst. Hauptlos, die ist ein Koffer. Zack. Schade, okay. Factory, okay. Oh, hier ist auf jeden Fall jemand drinnen. Ja, hier kommt leider zu. Du musst ja auch mal oben sein. Da komm ich über der Feuerleiter mit. Fett willst wissen, was da drin war? Bitcoin. Echt jetzt? Der hat ein Lack, da. Ich hab noch nicht ein Bitcoin gefunden, ne? Noch nicht ein verkackten. Ich brauche einen erstmal für die Schrotflinte, damit ich die dann noch ein bisschen auffallen muss. Stenna, dann gebe ich dir den. Ne, ne, lass. Ne, komm. Ah, ich hab... Wehen dort, Alter. Das hab ich in der Kralade geworfen. Stenna, den gebe ich dir. Du hast mir damals den Factory Key überlassen. Das war... Na gut. Das ist, glaube ich... Oh, ich brauch den wegen der Schrotflinte. Damit ich die dann noch ein bisschen aufbauen muss. Äh, was denkst du, wer der ist? Oben oder unten oder hoch? Ne, ich bin ganz unten. Ja, dann renne ich jetzt mal hier rüber. Ja, ich komm halt. Du bist ganz unten. Ja, ich bin 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 ganz unten. Geh ich mal über den Feuerleiter. Ah. Geht ihr von der Seite rein? Ich geh von der Seite rein, ja. Okay, ich bin jetzt unten ganz im Erdgeschoss, da beim Factory Key spawnen. Ja, da war ich gerade. Ich bin ganz... Ich bin... Wenn du dort rechts gehst, ganz hinten rechts in den Raum. Ah, okay. Ja, ich geh jetzt mal hoch in den zweiten Stock. Bin jetzt auf den zweiten Stock. Bin nicht wundern. Ja. Oh, guck mal, hab ich gefunden, ich hab einen Gasanalyse. Oh, geil. Gib den bitte mir. Ich dachte, du hast den schon. Ja, ich fahr ja noch in. Ja? Du hast den vorhin schon in den gefunden? Ja, ich fahr in drei. Naja, ich hatte ja keinen mehr. Achso. Ich fahr uns einen gefunden, dann hat mir du jetzt noch in gegeben. Und wenn du mir den noch gibst, dann ist es ja perfekt. Ah. Wenn ich sterbe. Ich töte... Ich töte jetzt auf... Ich töte jetzt auf den... Ich töte jetzt auf den Gang in den zweiten Stock. Ja. Bin ja hinten bei den ganzen Räumen. Aber ich hör nichts mehr. Ich hab die ganze Zeit auch schon was bewegen hören. Daher hat er sich auch schon Raum versteckt. Ja, ich bin jetzt hinten in einem Raum, wo ich es ausschließen muss. Ja, ich bin noch ganz unten und loote gerade noch ein paar Räume. Ja. Ja. Ja, ich bin jetzt da, wo die zwei grünen Kisten sind. Jo, bin hinten wo es nach hinten geht Nur Müll ey Das war Kettenrocher Das war ne richten Kettenrocher Jacke So ich komm jetzt hoch Also Kettenschachtel, äh Schachteln und äh Wo seid ihr? Äh, zweiter Stock Zweiter Stock Da sind nicht ganz oben, sondern Na, erster Block Ich geh ganz hoch Gehst gar hin drücken? Bin schon drücken Bist du glaubst, dass die ohne Waffe liegt? Dass was spawnen kann Ich hab mal irgendwo ein Video gesehen, dass sie in den Dorms in irgendeiner Tasse einen Schlüssel sparen Echt? Ja In irgendeiner roten Tasse In der Market Room lag ne Klock Also noch nicht offen? Nee Hast du nen Schlüssel dabei? Ja, ich hab schon öffn gemacht Ah, ne Klock war drin Okay Ah, hier kommen wir auch mal hoch Ja, sonst nix Stand-Eck bringt jetzt schnell den Bitcoin Ja Aha Fest Ja, alter Komm hier rein zu mir Dankeschön Bitteschön Dankeschön Achso, Patrick, wo bist du? Achso, Patrick, wo bist du? Ich bin grad hinten in dem Raum, wo hier die ehene grüne Kiste ist Welchen Raum, wo die ehene grüne Kiste ist? Naja, wo da mal die, 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 der golden Ohr raus, ne, das Zippo raus, wenn man das ist Ach, hier Hier, Patrick, oder? Warte, warte, warte Danke, Tio Silber Dafür spielen wir ja zusammen, damit wir uns gegenseitig unterstützen Ja Ja, ich weiß Ich wär jetzt soweit voll erst mal, also wir können dann, also ich hab jetzt zwei Missionen, die ich jetzt machen könnte Ne, drei ist auch, wo hab ich jetzt? Aha Müsste das bloß noch rausbringen, dass es eh ne Unter Terror wird Achso Na, hier wollt ich eigentlich grad in den Raum, ich schließe den öffn, weil ich ja noch nicht mal drinnen Achso, ich bin schon Haha So, ist hier noch was? In dem Raum war ich schon so oft, den muss man aufschließen, aber hier ist nix drin Manchmal lag da ne Waffe unter dem Bett, wenn da ein Bett war, wenn das der Raum ist Ja, zwei Betten sind da ja Ja, unter dem Bett liegt aber auch nix Ja, das warnt halt nicht immer, ich hab jetzt auch nicht gewusst, dass ich in dem ehnen Raum, wo ich grade aufgeschlossen hab, ne Waffe und ne Magazin VEPR gefunden Also am Hof ist alles ruhig Ja, grad nochmal rausgegucken Oh, oh, ich bin tot Da kommt der noch mit bis tot hoch Ja, zu viel zu ruhig, ich hab ihn erwischt, da ist noch einer in den Treppenhaus Ich seh deine Leiche Boah, ne Stand up, wo bist du? Ich flieg, bin tot Achso, du bist tot Ich bin tot Oh, ich hab halt den Können eingestiegen Pfff Mann, ey Die scheiß Mission machen Und, und die Glocke Hä? Ja, wiegste schmeißt keine Hand nach mir Hm Mh Naja, egal Ja, ich hab ihn erwischt von denen Ja, ich hab ihn schon eh erwischt von denen Naja, jetzt kannst du das Deep-Track-Ding aber abgeben Ja Endlich Eine Granate nach der anderen, so ein Arsch Ich hab den doch markiert, wieso wird die nicht abgeschlossen? Jetzt hab ich ihn total, jetzt hab ich ihn total gelähmt erschossen Ja, lass mein Zeug einfach liegen Hä? Weil du So weifen müsst Geht auch nicht da Du bist aber eigentlich rausgekommen Soweit ich das noch weiß Waren die zu zweit oder war das einer? Das waren Zweier Ich hab einen erwischt Okay Einer ist ihm gefallen Bin ich froh, wenn ich das Magdrill geskillt habe, ey Das dauert Stunden, da zwei Magazine nachzuladen Ich dachte erst, das war einer von uns So, der war so unten Hä? Aber das steht ja gar nicht da Finde Transport für Cemke, mag de Cemke Transport für de Bacon So, das war's Aber es ist nicht abgeschlossen Du leckes, das ist ja ein Schlachtfeld Ich glaube, weil das so weiblos Bin mir nicht nur noch ganz sicher, aber ich glaube Was musst du denn? Ist das Achter oder was? Achter Schels Müssen reinpassen Hm Was sagst du? Welchen Laser muss ich da reinmachen? Irgendeinen Ich hab diesen einfachen weißen drauf gemacht Hm Das erste, was ich von dir gelootet hat, das war Die, die, die Marke Ich hab das schon mal gesagt gehabt Welche Marke? Deine Marke Achso Magazin für Achter Überall bis 6, 6, 6 6 Uh, das hat gar kein Achter-Mack zu verkauft Äh, das Achter-Mack hab ich mir von dem Scaf geklaut Was? Ah Bläh Wuh Guck da kleine Schulfeln mit Achter Okay, auch 6 4 6 Och 6 6 Überall ist 6 Ich bin froh, wenn ich dieses scheiß Tuchonka weg habe hier Man, mit der scheiß Mission Out Sein Finte-Transport mit Cemico ist abgeschlossen, aber Markiert nicht Ich hab' noch mal spielen, der Fels bis zum Tag Ich hab' noch mal spielen, der Fels bis zum Tag den Fels bis zum Tag Und oder Ich hab' schonat Cease und Tuchonka Hier ist ja cao Der köpische normale Laser passt auf jeden Fall nicht an die Waffe Der LS b1 121 ne ich kann die nicht abschließen aber es stimmt auch nicht ich kann es nicht sagen weil ich die noch nicht gemacht hab nach dem weg jetzt keine Ahnung ach da werd ich die bei Skier abgeben weil da kriegst du ja den TSH1 kriegst du 2 Helm bei Therapist ach so bei der Therapist kriegst du dann die Camouflage und Helm wenn das da abgibst ja jetzt kannst du erst bei Rackman kaufen bei Schub 2 und das muss ich mal hinter das ist erstmal egal aber da ist er freigeschaltet bei Skier kriegst du aber den was ist das für ein Helm ZSH1 2 Helm Black ach man ey muss ich die Kacke wieder machen da kannst du doch schon wieder komplett ausrasten hier kann ich da nicht so ne Taschlamme dran bauen und mitlesen geht müsste auch gehen ja mach später später erstmal das Magazin vielleicht halt baj die Kacke mehr die Kacke Ok ha u halt die Kacke ja die Kacke auch Los Boah, jetzt hab ich den Schiel und den Scaf mit dem Treffster nix. Ich bleibe dran. Ja. Oh, jetzt hab ich den Schiff. Oh, jetzt hab ich den Schiff. Oh, perfekt, ich komme mit dem Schmugglerboot raus. Ich darf es jetzt nicht verschreien, aber diese MPX, die bringt mir irgendwie Glück. Ich wollte eigentlich nur spielen, dass ich es eigentlich weiter habe und seitdem sterbe ich nicht mehr. Okay. Na ja, sei doch voll. Ja. Ich habe jetzt nicht mitgeschrieben.